Was ist denn? Was ist? Was willst du haben? Ich hab nur gedacht, weil es auf Jan abgelegt wird. Ich weiß, was ich mache. Ach du die Häume. Lass dir doch die Schuhe putzen. Herzlich willkommen zu einer nächsten Pro Club Folge und wieder im Finale. Und wir haben wieder einige dabei. Den Pascal Torber, den Alex, ZOM, den Tobi Stürmer und unseren ZDM. Fuck. Michi. Und gegen Dortmund. Gegen Dortmund. Aber die haben ein gutes Stadion. Das wird interessant. Die werden auch nicht umsonst ins Finale gekommen sein. Echt? Ich glaube jeder der ins Finale kommt ist nicht zu unrecht dort. Geh jetzt einfach mal aus. Na da muss man schon ziemlich viel Glück haben, dass man nur wirklich gegen... Was ist der? Ich bin abseits. Sollte auf Jan gehen. Auf den Linienrichter. Ich stehe ein Meter am Abseits. Er sollte auf Jan gehen. Hör doch mal zu. Ja ist gut. Also sie haben einen Torwart. Äh. Okay. Hä? Also ein Klein-Lieft-Pfeifen noch Schiedsrichter. Kammes. So direkt kontakt. Oh, was ist denn? Schön. Lauf. 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 Was ist das denn? Ja, bei mir... Er ist... Ich wollte in die Mitte laufen und was ist so schön laufen. Ich wollte in die Mitte laufen und was ist so schön laufen. Und ich dachte war ja schneller, das gebe ich ihm den Ball. Aber... Ja aufzudenken, das ist das Schlimmste was du machen kannst. Zurückfallen ist und dann... Ich hab mich nicht zurückfallen lassen, dass ich mir in die Mitte gezogen war. Laufen könntest. Dann tutscht es. Sie ist weg. Sehr schön. Lauf. Ja. Mach weiter. Bis. Nein. Uh, Junge. Was ist denn los? Warum ist denn nicht drin? Ja, Aufnahme irgendwie. Hast du Rekord gedrückt? Du hast das Riss bei Aufnahmen. Ja, eigentlich war ich den bei den Aufnahmen. Ja, eigentlich war ich den bei den Aufnahmen. Ja, weiter nach hinten. Du stehst nicht so weit auf, dass ich noch mal fluss. Ja, weil ich decke. Jetzt gar keinen. Dann deckt die Luft. Muss auch gedeckt werden. Tor. Ah. Mann, Schia. Wie stehst du? Ich konnte den nicht anders mehr nehmen. Ich musste ihn direkt spielen und da war halt der Außen... Er hätte irgendwann mal einen Ausrüst genommen. Lupfer. Direkt vorm Torwart? Ja, direkt vorm Torwart. Ja. Ja. Sehr schön. Da sollte da nicht hin, der sollte direkt zu Jan, sorry. Ey. Ohne Witz, ne? Ich konnte mich grad nicht entscheiden. Was? Ich wusste nicht, wo ich hinspielen soll. Und plötzlich kam der Gegner, dann hab ich den Schritt gemacht. Was soll die Scheiße? Dann hat er den Pass dadurch nicht mehr gemacht. Dann hat er den Pass dadurch nicht mehr gemacht. Was soll die Scheiße? Weiß es nicht. Dann hat er durchgewiesen. Lauf. Peace. Ich wollte ihn abspielen. Ich wollte ihn abspielen. Ich wollte ihn abspielen. Weil jetzt bin ich grad nicht gut. Die ganzen Spiele davor, ne? Ich hatte ne 9,5er Bewertung im Viertelfinale. Und da hab ich nicht aufgenommen. Und eigentlich bin ich bei Aufnahmen noch besser, aber nein. Du bist verflucht. Du bist verflucht. Du bist verflucht. Scheiße. Es liegt an der Luftfeuchtigkeit und an der Temperatur gerade. Ich schmilze grad hier irgendwie weg. Auf den Standort. Ich bin aber schnell geworden. Glückwunsch wieder bist du immer schneller. Das ist standardmäßig eingebaut. Ja, jetzt mal ein bisschen Ruhe reinbringe. Ich krieg doch einige das vor. Gehe links. Ich hab, ich hab ja nicht. Was ist? Ach so, lieber Himmel. Wieso schickt er ihn so? Ey, ne? Ich will ihn steil schicken. Wie spielst du denn überhaupt direkt? Ich war nur nicht mal ansatzweise. Angestartet. Oh Gott. Wieso denn zu mir? Der läuft mir doch direkt den Rücken rein. War sich zu ihm zugedreht. Aus. Nein, nicht aus. Oh Gott. Was ist das hier? Alter. Heute mal raus, bitte. Alter. Boah. 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 ja es war wirklich so das belastet mich ja zu recht doch das kennt auch mal solche pässe ich was anfangen kann der stürmer war alles total tot momentan da kriegt er gar nichts das meiste spiegelt ja über johann und ist mir gut diesmal bin ich nicht so ja das defensiv verhalten ist geht mir gerade echt ein bisschen auf den zeiger jahre schießt weil ich mir keine sorge um den ball momentan kann da nicht wahr sein das spannendes final ja spannend das ist einseitig hast bitte auf dass du nur zur zeit wir hatten auch unsere chance krieg ich gelb oder was er hat den arsch getreten dann gehen wo also das war nicht geplant ich habe eigentlich zu alles drückt aber irgendwie ist da nicht so pralle das ist ja passt alter aber ich verkackt habe ich wollte eigentlich am ab der spieler so produzieren dass ich 0 0 elfmeterschießen im finale wäre doch eigentlich folge ja das wird man ja vor allem weil die mpcs steuert muss doch mal eine rote karte bekommen genau macht mein herz nicht mit leute braucht nur einen schönen genie-moment auf tonio tun müssen macht ihn schon rein wenn ich muss man kriegt erst mal müssen wir versuchen mal eine ball länger ist ja gut ich weiß gar nicht wo ich mehr hinspielen soll weil egal wohin ich spiel er wird einfach verloren aber was ist das dann passt ja aber alter leute also ich du siehst mich dass ich durch startet das hast du gesehen oder ich habe gesehen dass deine meinen spieler da vorbeiläuft aber aber du warst du noch nicht am durch starten und durch starten sieht anders aus der war schön dann rein weiter das kann nicht sein jan bitte hat mir sagt er scheiße und dadurch dadurch dass der unser cpu den jetzt gerade noch berührt hat haben wir keine ecke bekommen ach im ernst schuld ist auf einmal das end npu das das ist ein pf leider daran dass wir keine ecke bekommen haben da ist der cpu dran schuld das ist halt so wir hätten ein tor kriegen können wir nur verdammt wenn du mal den ball reinkriegst kommt das nicht an den alle jahren auch gerade den schatten seiner selber sonst so stark so bombenstark ich muss gar nicht hingehen es war doch nicht mehr absatz zu wissen doch war ich war noch von den verteidigern ich versuche das anzuspielen ja wenigstens haben jetzt ein bisschen offensiv ein bisschen wie gesagt ich habe hinten sehr defensiv drin das was die abgefeuert haben ich habe nur gedacht weil es auf jan abgelegt wird ich weiß was ich mache ach du lieber mich lass sie auch noch die schuhe putzen also witte wie viel der schluss aufs tor war das der fünfte glaube ich von dir ich habe nicht mal eins aufs tor gebracht egal top alex danke dass du nicht so egozentrisch warst ich glaube du hast selber angst gehabt dass du nicht rein brauchst ich hätte auf jeden anderen hätte ich nicht gefragt aber es ist halt jan weißt du ich mache die normalerweise auch was ist das für ein pass wie auf tobi was ist der achte wenn ja jetzt spielt aber ich arbeite hier gerade meine ich habe ich verstehe was tobi meint ist ein bisschen an dass er dir auflegen muss anstatt dass da du deinen job machst dein job ist es ihm die tore aufzulegen ja auch aufgelegt das hat er gerade schon richtig gemacht ja nachdem ich ihn auf das tor ja tut mir leid dass ich noch einen angriff eingeleitet habe ja ist okay die jungs verführen jetzt mach ihn rein mach ihn rein nein 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 ist okay bring die Ecke mal auf mich bitte ich weiß alex Knauze heilen wenn ich mal sowas mache äh die sind auf mich ja 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 ah fuck der wird drinnen gewesen oder Pascal? mhm aber was du was ne Wumme alter lass mal mich also nur mich und mich da vorne stehen über die Ecken ah echt wie? oh nein ich denk zu lange oh pff was gibt's in Pfosten und er dreht sich raus und das in der Aufnahme alter das ass voll gerne pff pff alter ich dachte jetzt wieder so ein Tor wie Alex in der in der Vorhärzte das war schon wieder ich gewesen tschüss okay aller Euphorie zum trotz äh trotzdem konzentriert bleiben weil es reicht wenn die einmal vor das Tor kommen gefährlich ne ja doch es reicht aber wenn sie einmal vor das Tor gefährlich kommen ja und das sind sie in der ersten Halbzeit meine Zeit nicht nur einmal nicht nur einmal sind sie dann gefährlich wie können da wäre es zum Beispiel schon was was ach lieber ja ja oder so ja wieso nimmt er den an oh denn ja ja zurück durch weißt du was der Kerle für Nerven hat wir sind ja 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 das ist ja 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 ich habe schon keine Ausdauer mehr aber ich kann es halt irgendwann welche unnötigen Sprints mache ein beispiel gerade eben ist bin ich der zurückgespräche jetzt warte ja ein bisschen früher er ist die ganze weg weil gesagt warte du hast du gesagt warte ja aber also muss ich doch nicht auf die abstöße beziehen oder zeitläuft hier gibt mir auch noch hin wissen du ja ist der blaue ist der dunkel ich sehe nicht vor dir ist egal keiner wahrscheinlich alle leute jetzt hier also ich weiß was ja hauptsache ball aufs tor in die richtung weil jetzt wieder abfahren ich würde jetzt alles ich würde euch jetzt bitte bitten dass ihr nach hinten marschiert werden wir haben eine minute auf die offensiv ist kein ausdauer reist auf die offensiv wir müssen alleine jetzt sind da die cpu mit nach vorne gekommen ja du hast eine anspiele ja stimmt tobi da darf ich jetzt nicht beschwerde hätte auch selber machen können ja aber das wo wusste ganz genau dass die cpu gesehen habe dass der besser machen kann das hätte ich auch so gemacht auch wenn du da bist es wurscht wie jungs bestimmt wir haben finale gewonnen wird dass das nehmen wir uns jetzt nicht dann rein top oooohhhhhh wir haben es haben wir spiels haben wir spielen lebt auch du nicht der tor der tor der tor ne das hätte ich nicht gedacht dass wir am ende noch 0 3 für uns aus geht der spiel hat jedes tor eingeleitet moment das 1 1 habe ich selber eingeleitet habe den baller obert habe auf dich gespielt du hast auf mich weiter das ist der zweite habe ich vorbereitet äh das eine habe ich auch eingeleitet das erste tor wurde durch mich eingeleitet weil ich den baller obert habe und ich tue aber es reicht du machst es gut ich glaube ich werde es ist doch wurscht leute wie viele 3-0 was wisst ihr euch ein alter das ist der zweite cup hierin an einem tag muss man sagen na Tobi ich will nicht von dir als Z2M anfangen ich habe von dir keinen einzigen den pass bekommen ah Leute passt ich weiß nicht was jetzt hier angepimmelt wird oh Gott ja man wir haben ein finale gewonnen ja was ist der beschwert sich die ganze Zeit über mich als Z2M dann muss ich mal zurück austeilen ja gut dann sollen sie sich hier den ball holen rechne Pascal du ja so ich will jetzt mal hier gar nichts sagen wenn ich in der ersten halbzeit nicht so bären stark da hinten gehalten hätte ne und hier reden wir nicht ja das ist herausragend ich denke über dich brauchen wir nicht zu reden habt ihr nur eine 7,1 was soll das ist wurscht weiter gehts wir haben noch Zeit für 1 die ganze Zeit ok mal wieder eine Folge vorbei aber macht gar nichts die nächste kommt in ein paar Tagen und ich bedanke mich fürs zusehen und sage tschüss und auf wiedersehen na 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 na